In der neuen Woche wird sich ein stabiler Regenschirm durchaus als nützlich erweisen. Und man muss das Teil wahrscheinlich öfter gegen den Wind ausrichten. Sonst kann man sich unglücklich machen angesichts des Regens, der waagerecht mit dem Wind angeflogen kommt. Wir haben es derzeit immer noch mit einer europäischen, mit einer nordeuropäischen Tiefdruckansammlung zu tun. Der Wind ist kräftig spürbar und treibt Wolken und teilweise Regen durchs Land. In weiten Teilen Europas wird es immer wieder regnen. In Skandinavien ist der Wind da eingezogen. Hier in diesen weißen und pinken Bereichen fällt also Schnee auch in den Alpen. Ansonsten bei uns im Flachland auf jeden Fall Regen, wenn mal was vom Himmel fällt. Ja, der Wind, die Windkarte zeigt, ist spürbar aus Südwest. Drei bis sechs, bevor die mittlere Windgeschwindigkeit vor allem an den Küsten und auf den Bergen ist es windig. Und der Wind treibt eben Wolken durchs Land. Die sind vor allem im Saarland, in Hessen und vor allem auch im Vogtland relativ kompakt. Hier kaum Sonnenschein, auch im Norden oft graues Wetter. Aber nördlich der Mittelgebirgskante reißt der Wind auch Wolkenlücken rein. Dementsprechend wird es hier zeitweise sonnig sein, genauso wie in den Alpen und im Alpenvorland. Hier relativ freundliches Wetter, sonst viele Wolken teilweise mit Regen. Am Nachmittag in Baden-Württemberg und an der Nordsee eventuell mit Blitz und Donner. Und eben speziell an den Küsten und auf den Bergen im Harz wird es relativ windig sein. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 10 und 15 Grad. Im Bergland zum Beispiel im Vogtland um die 9 Grad. Das Maximum. Am Mittwoch formiert sich über den britischen Inseln das nächste Sturmtief. Wir liegen aber noch davor. Also der Sturm wird am Dienstag uns in Deutschland nicht behelligen. Relativ trocken im Osten, sonst unbeständiges Wetter und mild für die Jahreszeit. Am Mittwoch ähnliches Wetter. Nur im Nordwesten kommen kompakte Wolken auf. Der Wind wird mächtig zulegen und gegen Abend könnte es stürmisch werden. In der Nacht zum Donnerstag möglicherweise dann Sturm in Deutschland. Näher dazu hier im 7-Tage-Trend auf Wetter kommen.